Maria! Ich muss dich jetzt ins Krankenhaus bringen! Man wird uns vergessen. Unsere Gesichter vergessen, unsere Stimmen und wie viele wir waren. Wenn ich nur wüsste, wie ich ihr helfen kann und womit. Das ist Weihilfe zum Selbstmord. Marie, 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 Maruschka, Marie, Marie, Maruschka, Marie, Marie, Maruschka, Marie, Maruschka. Weißt du, was Maria gesagt hat, wie du ihr vorgekommen bist in diesem Gespräch? Wie eine KZ-Aufseherin. Du, damit kann man nicht leben! Kein Mensch kann damit leben! Du auch! Und ich verstehst du! Das heißt, das heißt, dass du sterben musst! Du, bleibt nur noch wenig Zeit. Wie lange warst du das schon? Noch nicht lange. Du, es sind die Knochen. Woher wollen die wissen, wie es meinen Knochen aussieht? Woher wollen die das wissen? Verschon uns Gott mit Strafen. Lass uns in Ruhe schlafen und unseren kranken Nachbarn aus. Eine awesome Knochen Era, das ist meine Knochen gimmliers. So, dann müssen wir Marina nicht zu verwenden. exactamente das ist meine Knochen. подт packs auf喝. Du hast sie an ½% mitzugekommen, dannỡ mal viel Zeit. Und das ist die Knochen. Und das ist die Knochen der Knochen. Vielen Dank.